Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crisis 2. Immer auch, ja ungefähr da, wo wir uns ausgelockt haben, beziehungsweise das war ja eigentlich da, da habe ich das Spiel beendet. Naja, jetzt bin ich hier, ist ja auch nicht weiter schlimm. Mal ganz kurz hier mein taktisches Visio anschmeißen. Was ist das denn? Taktische, achso, hier ist eine taktische Deckung. Taktische Option infiltrieren. Äh, was? Verlassen? Verlassen? Benutzen? Beobachten? Hm, okay. Dann würde ich erstmal sagen, ich verlasse mal die Hocke und, äh, würde man sagen, ich sprinte. Moment, wo waren das jetzt nochmal? Oh, was ist das da? Ich glaube nichts. Wir werden das mal eben hervorheben. Damit ich da auch hinkomme. Beziehungsweise, damit ich das natürlich sehe. Dann kann man aber das hier eigentlich ausmachen. So, ich würde sagen, wir infiltrieren das Ganze mal von hier. Sounds like a plan, würde ich mal sagen. So. Möchte ich mich aber einfach mal kurz unsichtbar machen. Einfach mal so. Das weiß ich natürlich nicht. Äh, mit meinem taktischen Visor. Oh, was ist denn da? Ich habe keine Ahnung, was da ist, aber... Dann gibt es Munition. Gibt es ja eigentlich Feinde jetzt noch. Oh, Tatsache. Noch mehr Feinde? Nö. Na, wenn das so ist, mein Freund, würde ich einfach mal sagen, ich mache mal so einen Stealth-Kill aus da rein. Okay, Moment. Dann weiß ich ja ungefähr, was das hier sind. Das hier sind Feinde. What? Nichts da. Scheiße, ich muss mal ganz kurz hier irgendwie weg. Energie ein bisschen aufladen. Oh. Scheint so, als ob sie ihn gesehen hätten. Aber das macht mir nichts. Gar kein Problem. Wir werden uns einfach hier ein bisschen außen vorbeischleichen. Ich überlege gerade. Ich muss mal kurz... Hier, Optionen. Hältigkeit, Grafik, Sound. Achso, die Musik-Lautstärke. Ich mache die mal noch ein bisschen weiter. Ich mache die mal nur auf 60. Und das mache ich auch ein bisschen runter. So. Ne, so. Und ja, so passt das schon. Was ich ja komisch finde. Warum kann ich eigentlich hier nicht speichern? Hm? Warum ich denn das so... Ups. Da ist ein Gegner. Moment, wo ist denn der hingelaufen? Will ich mir doch mal kurz angucken. Ah, da hinten ist er. Naja, kein Problem. Energie niedrig und so. Macht nichts. Oh. Geh mal down, Junge. War voll clever und so. Habe ich mir schon gedacht. Deswegen habe ich es auch gemacht. Man muss ja auch mal clevere Sachen machen. Man kann ja nicht immer nur Scheiße bauen. Äh, deswegen. So, F benutzen. Wir wissen natürlich den Code. Versteht sich von selbst. Okay. Super Anzug. Du bist de shit. Niedrige Energy. Das ist natürlich suboptimal. Muss man einfach mal so sagen. Alter, 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 alter. Moment. Schnauze. Nichts eliminieren und nichts sicherstellen hier. Verstehst du? Wo ist der andere Mongo? Ach, guck mal. Der ist ja schnuckelig, der Typ. Steht da einfach so rum und denkt sich. Och, ich stehe mal hier. Hat aber nicht damit gerechnet, dass ich ihn so scheiße schieße und ihn treffe. Ja, muss er auch mal sagen. So, hier. Ach, scheiße. Ähm, Moment. Wie komme ich denn jetzt hier rum? Hm, das war blöd. Kann ich nicht irgendwie raufklettern? Ach, komm schon. Mal. Oh. Klabert der denn mit Feinkontakt? Ich bin doch ganz so anders, Junge. Du siehst mich doch überhaupt gar nicht. Das Problem ist, äh, tatsächlich, ich sehe auch die Gegner nicht. Ich bin da so ein bisschen blind, ne? Aber hier ist niemand. Also, äh, geht's einfach mal weiter. Achso. Wir schalten mal einfach hier kurz den Anzug aus. Profit, wir sind überall Cell. Ich muss raus. Wir treffen uns im Labor. Beeilen Sie sich. Okay. Ich bin schon auf dem Weg. Eigentlich müsste ich mal die Tastenbelegung ändern, aber ich werde es wahrscheinlich sowieso nicht machen. Alter. Ich habe mich schon... Achso. Wir nutzen. Natürlich doch. Bitte öffnen Sie die Schleuse. Das wäre voll super. Schleichen Thermolus hinterfeiern und, äh... Achso. Ja, sicher. Okay. So, zack. Und zack. So, schon mal zwei Boobies hier gekillt. So muss es sein. Okay, jetzt habe ich aber leider nichts mehr energymäßig übrig. Okay, die Frage ist jetzt natürlich, ja, kurz den Visor an. Gibt es hier irgendwie... Ne, da ist ein Muni. Oh, da gibt es neue Waffen, kann das sein? Schön, 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 schön. Machen wir auf jeden Fall nochmal das Ding hier an. Hallo? Nein. Hier muss ich sowieso nicht rein, von daher passt das schon. Aber hier, was haben wir... Ne, das ist ja die gleiche Waffe. Muss ich auch nicht austauschen. So, aber wir benutzen ja eben den Laptop. In Laptops? Versuche System Neustart. Ähm... Hier ist Säuberung aktiv. Lalalala. Hier ist Säuberung abgeschlossen. Super. Standby. Magnetsiegel freigegeben. Hallo. Wenn Schadstoff entdeckt. Beginne automatische Systemabschaltung. Ähm... Okay. Kein Problem. Anzug. Ich muss sagen, der Anzug hört sich in dem Spiel ein bisschen böser an, als noch im ersten Teil. Weil der viel mehr spricht mit mir. Ein bisschen verwirrend. Alter. Diese Blend-Effekte sind echt nice. Sieht hier so ein bisschen aus wie I'm Legend. Persona non grata. Aha. Ich will mal kurz gucken. Kann man eigentlich? Das interessiert mich jetzt mal nur so. Ne, wo man hier gedacht... Ne, halt. Ich möchte hier noch nicht raus. Und muss ich ein bisschen... Ja, ein bisschen muss ich ja hier mal gucken. Ne, Fahnenkreuz. Zoom durchschalten. Wenn es hier auf nein ist, dann lassen wir mal nein. Die Unterstützung ist... Ist sogar aktiviert. Hm? Machen wir mal deaktivieren, wenn das ganz scheiße wird. Ja. Hammer. Hammer! Wenn ich ganz scheiße spiele, dann werde ich es wohl wieder einstellen. Aber ich muss sagen... Gamepad, Maus, Tastatur... Hier kann man die... Man kann die Stimme nicht ändern. Das finde ich ein bisschen schade. Okay, was... Da fließt was. Was ist denn da gefließt? So, wo muss ich denn hin anzug? Erzähl es mir. Taktische Optionen suchen. Kanten greifen. Zerstören. Alles klar. Hier gibt es noch ein bisschen Muni. Aber die brauche ich ja im Grunde überhaupt nicht. Ich habe ja schon genug Muni, aber ich möchte mal ganz kurz hier... Man weiß ja. Nie, was da so kommt. Ne, Moment. Nein, vorbei. Hören Sie, mit der Verbindung zum Anzug ist gerade irgendwas Größeres passiert. Völliger Zusammenbruch. Steht wieder, glaube ich. Aber Sie sollten schnell herkommen. Alles fällt auseinander. Infektionen überall, arme Schweine. Und Zell will wohl alle keulen. Außerdem tauchen noch die SEP auf. Bleiben Sie in der U-Bahn. Das ist sicherer als die Straßen. Hoffentlich haben Sie die Marines mitgebracht. Wenn der Anzug das möchte. Hallo. Wer bin ich denn, um dem zu widersprechen? Oh, hier ist nichts. Okay. Aber hier war noch irgendwo... Ach, hier. Guck mal. Suchen. Taktische Option. Nö, hier können wir nur greifen. Hier ist es weiter nicht. Auf, guck mal hier. Oh. Nehmen wir mit. Wollte ich schon immer mal haben. Benutzen wir mal den Laptop. So. Jetzt kann keiner... Man muss mal auch machen. Sonst benutzen die Feinde den Laptop. Und dann hast du Arschkarte. Verstehst du? Das kann man natürlich nicht zulassen. Fernseher benutzen. Du bist kaputt. Hier. Scheiß Fernseher. So. Oh. So, ich sollte jetzt vielleicht aufhören, hier meine Munition zu vergeuden. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ah, hier geht's hoch. Oh, shit. Okay, was macht jetzt was? Ah. Sehr schön. Ja, super. Das mussten wir auch direkt mal demonstrieren, wie es scheint. Okay, da muss ich ja mal zu sagen. Das ist aber auch neu, weil im ersten Teil hat es, glaube ich, nichts verbraucht. Wenn ich mich nicht irre. Da hatten wir den Panzer einfach. Der wurde ja nur gebraucht, wenn er gebraucht wurde, ne? Ach, guck mal. Ja, toll. So weit kann ich gar nicht runterziehen, Alter. Ach, halt's Maul, Junge. Verpiss dich. Verpiss dich. Warte mal. Oh, hier halt's Maul. So. Mal kurz gucken, da hinten. Ah, da gibt's eine neue Waffe. Was ist das für eine Waffe? Ah, ne. Das ist derzeit eine Maschinenpistole. Okay. Da gibt's auch Munition, Waffen, Pipapo. Okay. Mal wieder zu hier. Wollen wir doch mal kurz schauen. Was haben wir denn hier? Ach so. Ah, okay. Er sammelt das automatisch mit ein, die Munition. Alles klärtchen. Alter, jetzt hab ich mich schon von der Lampe erschrocken. Wann war das, was da hier? Ähm. Ja, ist halt die Frage, ne? Machen wir das so? Dann hab ich hier noch eine neue Waffe. Ja, nö, mach ich jetzt einfach knallhart. Drauf, g'schießen. Sag ich mal. Okay, jetzt muss ich mir natürlich die ganzen Tastenkombis nur merken. Okay, mein Freund, ich gucke. Oh. Zack. Was haben wir denn hier? Oh. Ja. Was ist das? Granaten. Zack. Meine Granaten. Wie viele Granaten haben wir denn jetzt? Was ist denn hier noch? Ach so, das ist nur so ein... Ich seh überall nur noch Waffen, Blut und Tod. Ähm. Ja. Ach so, das ist aber neu mit den... Granaten, ne? So, hier. Zack, Junge. Oh. Problem ist, ich weiß nicht genau, wo das ist. Ich schmeiß ihn einfach mal da hinten hin. Guck mal, da hinten. So, stirb. Alter, stirb, hab ich gesagt. So, erstmal runtergehen. Alter. Problem ist, ich seh die hier von oben nicht. Bis hier hin, hab ich sogar gespielt auf der Place. Ich kann mich erinnern. Ach so, stimmt. Geht der jetzt anders hier? Alter, scheiße, wo hab ich ihn hingeworfen? Ach, guck mal, ich hab aber einen getroffen. Passt. Wunderbar, wunderbar. Ich möchte die andere erstmal. Oh, da hinten ist auch noch einer. Wo ist denn der? Die Spacken, die sollen mal herkommen. Die verstecken sich alle, die kleinen Mongos. Oh Gott, was ist denn hier? Alter, ich kann einen Megatritt machen, Junge. Da knall ich aber die Fahrzeuge dann durch die Gegend. Das, äh, ne? Ist dann aber nicht mehr feierlich. Oh, jetzt hab ich... Das war natürlich jetzt Megapro. Ach, wir werden hier noch mehr gegeneinander gezeigt. Supi. Jetzt hab ich nämlich während des Schusses einfach... Wollte ich woanders hingucken. Das ist natürlich immer sehr gut, wenn man das so macht. So, du kannst einfach mal kurz drauf gehen. Alter, geh drauf, hab ich gesagt, Junge. Du hörst mir irgendwie nicht zu, kann das sein? So, ich muss mal kurz hier rüber. Zack. Zack, 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 hab ich gemacht. Moment, Alter, wo ist denn der? Ich bin grad ein bisschen blind. Wo bist du? Bist du hier? Hallo? Wer braucht das schon? Wer muss das schon? Oh, oh. Oh, oh. So, weißt du wat? Mal jetzt hier maximale Panzerung, Junge. Und verstecken uns mal. Alter, mach weg die Scheiße. Geh mal runter. Hallo? C, 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 C ist gut. Alter, du war... Nicht schlecht geworfen, mein Freund. Nicht schlecht... Da oben ist einer, komm mal her. Man, die Müll... Alter, willst du mich grad verarschen? Was ist denn hier los? Komm her, du kleiner Mongo. Was wackelst du denn nur die ganze Zeit? Bleib doch mal ruhig, Mann. Du hast da so einen volligen geilen Namenshüt und so. Komm her jetzt. Wo ist denn der Penner? Ach, weißt du wat? Hier, komm. Da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. So, er ist tot. Ist er tot? Weiß ich nicht. Er wird schon tot sein, irgendwie. Da hinten ist er. Da hast du dich aber super versteckt, Junge. Kriegst einen Keks. So, warte mal. Wir haben auf jeden Fall noch einen. Maximale Panzerung. Wir schießen auf mich. Äh, hallo? Alter, Junge. Der ist da oben, wa? Na, du bist aber ein frescher Bursche. Alter, genau. Halt's den Maul, Junge. So, Alter. Geh doch mal runter, Mann. Blöder. Pisser. Ach, aber hier geht's nicht, okay. So, naja, der ist noch nicht tot, aber... Bald ist er tot. Kein Grund zur Unruhe. Oh, da hinten ist auch noch einer. Wir gehen einfach mal kurz hier in Deckung. Ja, du weißt gar nicht, wo ich bin, du Mongo, Alter. Oh, scheiße. Das war jetzt ein super Angriff. Naja, schmeißen wir denn eine Granate. Ich bin aber gar nicht so anders wieder. Ich bin nämlich... Hier. Ach, guck mal. Der kriegt das gar nicht mit. So passen die also auf sich auf. Ist ja interessant. So. Stirb mal, Junge. Okay, da hinten ist immer noch einer. Ich muss aber sagen, ganz ehrlich, der Junge, der soll mir mal an der Puke schmatzen. Na? Das ist doch die Waffe. Nimm mal einfach... Achso, er nimmt die Muni dann doch auf. Alles klar. Oh, was ist denn hier? Oh, wir gehen einfach mal gucken. Was soll's, ne? Achtung. Gefahr, Gefahr. Mein dritter Vorname ist Gefahr. Was passiert, wenn ich da jetzt reinhupse? Ach, okay. Ja. Anzug, du hast recht. Ja, 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 du hast recht. Du hast recht. Du hast vollkommen recht, Anzug. Kein Problem. Ähm. Warum betätigen wir nicht einfach den Sprungschalter und schon ist keine Gefahr mehr? Das frage ich mich gerade. Ist doch gar kein Problem. Dann können wir auch eigentlich mal hier die Panzerung ausschalten. Die brauchen nämlich jetzt auch kein Schwein. Und während wir hier so rumschwimmen, brauchen wir natürlich keine Panzerung. Guck mal. Haben wir super gemacht. Tor öffnen, kein Problem. Wir reißen es ein. Na gut, wir reißen es doch nicht aus den Angeln. Oh, wer seid denn hier? Ach, die wo... Kann man die eigentlich töten? Die sind unsterblich. Man kann einfach durch sie hindurch schießen. Ich bin begeistert. Aber man soll ja auch keine... Die U-Bahn war vermutlich nicht die beste Idee. Ah, hier, cool. Ich kriege Nutzung von Hitzesignaturen direkt unter Ihnen. Steigen Sie bloß vorsichtig. Nanovision aktiviert. Die Nanovision ist ganz was Feines, wie es scheint. Und auf jeden Fall was Neues. Das Problem... Unter von mir! Unter von mir! Verdammt! Ist natürlich... Ich weiß nicht, was ist hier was. Nanovision aktiviert. Alter, die Nanovision, die macht mich ein bisschen kirre im Kopf. Die verwirrt mich mehr, als dass sie mir hilft, ehrlich gesagt. Okay. Alter, ich muss die ausmachen. Was geht so nicht? Du siehst alle voll lecker aus und so. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Oh, Moment, 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 Moment. Greifen die mich an, die Teile? Ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht so sicher, wo ich hier gerade hin soll. Er hat mir irgendwas gesagt. Das Problem ist, ich habe nicht aufgepasst. Weil ich so ein bisschen die... Nanovision... Nö, die laufen mir nur hin und her. Hm, ein bisschen Überschwemmung. Naja, was soll's, ne? Hat der Mario was zu tun? Okay. Ich denke mal, ich werde mal durch diesen... Durch dieses Gitter hier gehen. Oh, da hörst du schon geballert. Allerdings lade ich nochmal nach. Und das machen wir in der nächsten Folge. Denn die Zeit ist schon wieder rum. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Hau rein, Leute. Ja... Tschau! Tschau!